Eine Fritteuse ist ein Küchengerät, das zum Frittieren von Lebensmitteln verwendet wird. Sie besteht typischerweise aus einem Behälter zum Erhitzen von Öl oder Fett und einem Korb oder einem Sieb, um die Lebensmittel während des Frittiervorgangs zu halten. Fritteusen sind wichtig, da sie eine schnelle und effiziente Methode zum Zubereiten verschiedener Lebensmittel bieten. Sie ermöglichen das gleichmäßige Garen von Speisen und verleihen ihnen eine knusprige Textur und einen einzigartigen Geschmack. Obwohl der übermäßige Verzehr von frittierten Lebensmitteln aufgrund des hohen Fettgehalts als ungesund angesehen werden kann, werden Fritteusen in der Gastronomie und in vielen Haushalten weltweit aufgrund ihrer Vielseitigkeit und der Möglichkeit, verschiedene Gerichte zuzubereiten, geschätzt. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Fritteuse. Lassen Sie uns beginnen! Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, CECOTEC Heißluft Fritteuse. Eine dietetische Fritteuse mit einem Fassungsvermögen von 5,5 Litern für die Zubereitung von gesünderen Gerichten mit nur einem Esslöffel Öl. Die Fritteuse verfügt über eine Leistung von 1700 Watt, um Speisen schneller zu garen und dabei weniger Energie zu verbrauchen. Dank der Perfekt-Cook-Technologie mit heißer Luft, die im Inneren zirkuliert und durch hinteren Öffnungen austritt, erzielt sie außergewöhnliche Ergebnisse bei jedem Rezept. Das elegante Design der Fritteuse besteht aus einer Edelstahl-Oberfläche für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit. Ihr modernes und kompaktes Design wird durch ein Multifunktionstouch-Bedienfeld ergänzt, über das der Betrieb gesteuert werden kann. Mit 8 voreingestellten Modi, die Zeit und Temperatur automatisch für verschiedene Arten von Lebensmitteln einstellen, bietet sie eine hohe Flexibilität. Darüber hinaus verfügt sie über einen einstellbaren Thermostat zur Temperaturregelung von 80C bis 200C sowie eine einstellbare Timer-Funktion von 0 bis 60 Minuten. Hier ist der Punkt Nummer 4, AigoStar Freier. Ein 1800 Watt BPA-Freier Fritteuse mit großem Fassungsvermögen von 2,5 Litern kocht köstliche frittierte Speisen schnell und effektiv. Das geschlossene Kochen verhindert Fettspritzer während des Kochvorgangs. Der abnehmbare Deckel mit Sichtfenster und Geruchsfilter kontrolliert den Frittier-Vorgang. Das thermostatische Temperaturregelungssystem ermöglicht Temperatureinstellungen von 150 Grad Celsius bis 190 Grad Celsius, perfekt zum Braten von köstlichem Fisch, Pommes, Hähnchen, Donuts, Kouros und vielem mehr. Intelligente Funktionen, die rutschfesten Füße sorgen für Stabilität, die Kontrollleuchte zeigt an, wann das Gerät eingeschaltet und einsatzbereit ist. Der Edelstahlfrittierkorb mit klappbarem Griff ist spülmaschinenfest und abnehmbar. Der antihaftgeschichtete Ölbehälter ist leicht zu reinigen. Der Punkt Nummer 3, Bestron AF 351 Das Essen wie im Restaurant wird oft durch die Ausstattung in der eigenen Küche begrenzt. Wenn es an der richtigen Ausrüstung mangelt, kann selbst das beste Rezept nutzlos sein. Die Bestron Fritteuse ist durch ihr kompaktes und schlichtes Design perfekt für jede Küche geeignet und vervollständigt die Sammlung an Küchengeräten. Mit ihr können Sie ganz nach belieben Snacks und Beilagen frittieren, sei es Pommesfritt, Fleisch oder Gemüse. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Selbst Anfänger in der Welt der Fritteusen werden keine Probleme haben, da die Bedienung besonders einfach ist und die einzelnen Bestandteile leicht zu handhaben sind. Wenn Sie den Platz für andere kulinarische Abenteuer benötigen oder das Gerät reinigen möchten, lässt es sich leicht auseinandernehmen und sogar in der Spülmaschine säubern. Ein herausragender Vorteil dieser Fritteuse ist die Coolzone, die sicherstellt, dass das verwendete Fett länger haltbar bleibt und den Geschmack der Speisen bewahrt. Nummer 2 in unserer Liste, AigoStar 1800 Watt Freier 1800 Watt BPA Freier Fritteuse mit einem großen Fassungsvermögen von 2,5 Litern kocht köstliche frittierte Lebensmittel schnell und effektiv. Das geschlossene Kochen verhindert Spritzer von Fett während des Kochvorgangs. Der abnehmbare Deckel mit Sichtfenster und Geruchsfilter kontrolliert den Frittiervorgang. Das thermostatische Temperaturregelungssystem ermöglicht Temperatureinstellungen von 150 Grad Celsius bis 190 Grad Celsius, perfekt zum Braten von köstlichem Fisch, Pommes, Hühnchen, Donuts, Kouros und vielem mehr. Die rutschfesten Füße sorgen für Stabilität. Die Anzeigelampe zeigt an, wann das Gerät eingeschaltet und einsatzbereit ist. Der Edelstahlfrittierkorb mit klappbarem Kühlgriff ist spülmaschinenfest und abnehmbar. Der antihaftgeschichtete Ölbehälter ist leicht zu reinigen. Die Nummer 1 in unserer Liste, Cousori Air Freier Spezielles quadratisches Design, das besser auf Ihrer Arbeitsplatte passt und Ihren Modegeschmack zeigt. Der 5,5 Liter XXL Quadratkorb ist größer und bietet mehr Platz, um mehr Lebensmittel zu garen als der runde Korb. Mit dem Cousori Air Freier können Sie auf gesunde Weise ohne Öl frittieren. Die Kombination aus zirkulierender heißer Luft und der perfekten Kochtemperatur sorgt dafür, dass Pommes knusprig und Hähnchenbeine saftig werden. Wenn die Kochzeit abgelaufen ist und der Heißluftfritteuse einen Piepton abgibt, erwartet Sie ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Das klare LED-Display verfügt über elf vorprogrammierte Einstellungen, die über den Touchscreen ausgewählt werden können. Bereiten Sie Ihr Lieblingsgericht mit nur einem Tastendruck vor und können Sie sich während des Kochvorgangs anderen Dingen widmen. Es ist auch möglich, die Temperatur und die Zubereitungszeit manuell anzupassen. Kochen war noch nie einfacher. Die herausnehmbaren antihaftbeschichteten Frittier-Körbe sind spülmaschinenfest. Der kühle Griff und die Korbentriegelungstaste vermeiden Verbrennungsgefahr und ungewolltes Ablösen. Überhitzungsschutz und automatische Abschaltung für sichere Verwendung. Das Cosori Original-Zubehörset für Heißluftfritteusen ist auch erhältlich und frei von PFOA und BPA. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten Fritteuse unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten. Dann können Sie uns mit, welchen